Guten Tag miteinander. Ich bin Walter Fritz. Wir sind hier in Klettgau. Wir machen hier eine Weinwanderung. Und hinter uns sehen wir das Weinhaus Hedinger. Wir gehen gerade in und fragen, wie der Wein wird dieses Jahr 2016. Herr Hedinger, wie seid ihr zufrieden mit dem Weinjahr 2016? Gut, wir haben dieses Jahr alles erlebt, von Frühlingsfrosch, Meltow und es hat Delmys wirklich nicht so viel dran. Aber das, was draussen hängt, sieht sehr gut aus. Und in welchen Flaschen? Wir machen im Jahr etwa 230'000 Flaschen. Wir sind der viergrösste Betrieb im Kanton Schofrosen. Musik 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 Also nach dem steilen Aufstieg sind wir jetzt am Rossberg angekommen, Rossberg ist hier vor uns. Das ist ein Restaurant. Das hat die Mändiziste zu. Und darum gehen wir jetzt auf diesem Bänkel hier piknicken. Musik 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 Wir sind wieder zurück in Wilkinge nach der schönen Tour, die wir heute gemacht haben. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig lustig gemacht und wünsche euch noch viel Genüge beim Wandern. Tschau zusammen! Weitere schöne Genusswanderungen findet ihr in den Wanderbüchern vom Weltbildverlag und in ihrer Homepage www.wanderfritz.ch Musik 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 Musik